hallo meine lieben und willkommen zu einem neuen video heute ist es bei uns wieder ein bisschen frisch aber wir sind schon wieder am bauen und ich würde sagen wir schauen in richtung winterdorf bzw die winterdorf erweiterung und es ist schon ein bisschen dunkel draußen ihr seht es ein kleiner schwenk hier hinüber aber das macht uns eigentlich nichts das einzige ist hier in der ecke ist es natürlich dann auch ein bisschen dunkel deswegen werden wir uns behelfen mit einer taschenlampe ich möchte euch mal zeigen was ich schon gemacht habe und was christoph jetzt gerade macht in meiner ecke also ein kurzer schwenk rita hat mich hier zur arbeit verdonnert ich wollte eigentlich beim zoo weiter arbeiten aber jetzt bin ich hier weil sie gesagt hat das muss jetzt gemacht mit der neuen kamera ist es hier gar nicht so dunkel also ich bin begeistert muss ich sagen aber gut also falls wir eigentlich brauchen wir haben eines dabei aber dabei schaut es eigentlich gut aus einfach den dunkelsten raum also was wird hier gerade gemacht ich komme mal zuerst zu meinem bauschritt ich habe hier bäume gemacht nämlich die wie schon angekündigt so tannenbäume fichten alter schwede irgendwas ist gerade umgefallen wir melden uns gleich wir sind wieder zurück es ist nichts passiert es ist nur eine lego küste umgefallen alles gut hat sich nicht mehr angehört als es war also will ich sagen wir gehen weiter erstens mal noch kurz zu meinen bäumen wie gesagt tannen oder fichten oder sonstiges habe ich hier gebaut oben mit schnee unten sind sie noch grün in verschiedenen größen auch verschiedene strukturen ihr seht es hier ich habe zuerst überlegt ob ich alle gleich machen soll habe ich dann dafür entschieden dass ich manchmal noch ein bisschen ein stamm hinein baue manchmal kurze kleine auch ein bisschen mische ich finde das schon eigentlich ganz cool aus ich denke mir in der natur sind ja auch nicht alle gleich deswegen glaube ich ja passt das ganz gut da hat sich von bockmann das bäume bauen abgesehen der hat nur noch ein bisschen mehr aber sonst sind ein bisschen mehr und kein schnee das stimmt richtig aber da war ich zuerst sehr skeptisch weil ich mir gedacht habe ich weiß nicht ob diese bäume auch gut aussehen können und dann in der menge schauen sie eigentlich echt cool aus muss ich sagen dann haben wir noch ein set hier platziert also erst einmal meine zugstrecke bitte ich will ja nicht sagen aber ich habe eine zugstrecke hier gebaut ich beleuchte das auch noch ein bisschen möchte hier nur anmerken dass wir in den kommentaren sehr viele sendungen und und schrift zuschriften bekommen haben dass die leute gerne einen fahrenden zug hier sehen wollen und das sieht mir nicht besonders fahrend aus wenn ich ehrlich bin ist zwar ein power functions zug der kann hier nach vorne und zurückfahren aber das war es dann auch schon also ja da bin ich gespannt wie du da deine leute zufriedenstellen möchtest mein liebe ich habe nie gesagt dass er fährt also von dem her er fährt nur in der theorie in einen wald hinein ich finde das schaut mir recht gut aus da habe ich übrigens auch halbe bäume gebaut moment die sieht man hier hinten das sind die hinteren zwei sind halbe bäume damit das quasi hier direkt an der wand platziert werden kann finde ich eigentlich auch ganz lustige sache ich hoffe euch gefällt es auch und christoph hatte die idee dass vielleicht der zug aus einem tunnel kommen könnte und ich glaube das könnte dann auch ganz gut aussehen also es ist noch nicht fertig es sind noch nicht alle bäume platziert habe ich habe mir gedacht ich date euch mal ab mit dem was hier so los ist und hier ist auch noch ein set das ich hier platziert habe nämlich dass ein lebkuchenhaus das hat meine mutter jetzt zusammengebaut endlich ist es fertig geworden auch das hat sich ein bisschen gezogen aber passt gut und jetzt ist das hier platziert und ich finde das ist ja auch ein super süßes set speziell auch mit dem baby hier drinnen also wirklich eine sehr sehr süße idee christoph ist jetzt noch dabei kurzes update hier hinten eine art berg zu bauen noch wo dann anna christoph und sven hier runter düsen wir werden sehen was das wird hier seht ihr wie wir jetzt diese teile verwenden die wir beim bricklink händler gekauft haben zweimal zweier hier mit diesem pin die glaube ich unter einen cent gekostet haben die werden hier in rauen mengen verbaut passt auch sehr gut dass die weiß sind dann müssen wir uns auch nicht darum kümmern dass die irgendwie ja das verstecken dieses unterkonstrukt was wir ja sonst öfters haben dass wenn das farbig ist dass man dann aufpassen muss dass man nichts durch sieht wir werden sehen wie das aussieht wenn wir hier weiter sind auf jeden fall der berg ziemlich gleich hoch wie das disney schloss hier steht also ich glaube das könnte schon eine ganz nette geschichte werden hier in der ecke soll übrigens für die schlechte beleuchtung aber das ist so wenn man hier voll im baumodus ist aber ich dachte mir ein kurzes update muss wohl sein wir melden uns auf jeden fall später nochmal bei euch mit weiteren updates bis dann tschüssi so wir machen uns auf den weg zu christoph und wir haben uns gedacht bevor wir jetzt dann in die kiste hüpfen es ist nämlich schon sehr dunkel draußen ja wir kennen es wir bauen bis mitten in die nacht aber wenn so ein projekt ansteht dann kann man irgendwie nicht aufhören ich glaube ihr kennt das gefühl ja unsere vorräte schwinden es sind diese zweimal zweier mit pin aufnahme komplett weg auch fast alle anderen slopes sind weg ich wollte euch jetzt nur mal zeigen bevor dann dieses diese zwei baseplates hier dort hinten ihr ja ihre letzte reise antreten und dort hinten verewigt werden wollte ich euch nochmal zeigen wie das jetzt aussieht hier wird natürlich das hier vorne noch ein bisschen schöner gemacht hier haben wir schon vorbereitet ein einen tunneleingang und was ich euch eigentlich zeigen wollte es wird natürlich auch noch alles ein bisschen schöner gemacht mit teils und mit so kleinen käse ecken und so weiter weil wir immer wieder gefragt werden wie wir berge bauen unterschiedliche methoden natürlich hier sieht das jetzt so aus das sieht aus wie moderne immer wieder so säulen gemacht in verschiedenen höhen die pin sieht man dann natürlich überhaupt nicht und das ist dann alles also hier sehr stabil und man spart eine menge teile ja sehr sehr cool gemacht das kommt jetzt hier nach oben auf der obersten ebene wird natürlich auch noch ein bisschen weiter dass das dass das nicht so glatt aussieht und dann schauen wir wie es fertig aussieht perfekt und dann werden Sven, Christoph und Anna hier die Piste runterrumpeln wo sind die überhaupt ich finde sie gar nicht ich habe sie da hingestellt also die werden wirklich eher runterrumpeln vielleicht kann man das noch ein bisschen glatter machen es sieht schon ein bisschen abenteuerlicher aus wenn die hier runterfahren aber es geht wie ihr seht funktioniert einwandfrei das Rentier ist ja allrad fähig eben und außerdem im film ist es ja auch immer sehr abenteuerlich also das passt glaube ich ja ganz richtig ja genau so viel dazu ich melde mich dann später noch mal oder wir melden uns noch mal kurz wenn das hier dann perfekt super unglaublich wir haben jetzt den berg platziert ich bin ich bin sprachlos muss ich sagen es schaut jetzt schon mega aus ich muss sagen wenn das nachher auch noch komplett eingebaut wird beziehungsweise noch in aufgebaut wird das wird mega gut aussehen ich schaue nochmal dass ich da ein bisschen hinein leuchte damit man das auch bei besserem nicht zieht kommen ja dann auch noch ritas bäume drauf und dann sehr cool wird das vielleicht ganz nett aussehen hier habe ich mir gedacht sehr 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 cool hast du das gemacht muss ich sagen und wie gesagt die zitterpartie mit dem platzieren haben wir auch überstanden und jetzt würde ich sagen christoph es ist feierabend wir merken uns jetzt bis demnächst schlaft auch ihr gut baut was schönes auf jeden fall tschüssi bis bald tschüss und